Musik 1926 hat mein Großvater Stiehl gegründet und wir sind heute noch im besten Sinne ein Familienunternehmen. Solide, verlässlich, aber auch sehr innovativ und finanziell auf sehr festen Beinen. Das heißt, wir können mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass Stiehl auch in den nächsten 90 Jahren ein unternehmender Nachkommen von Andreas Stiehl bleibt. Mein Großvater hat mit der Erfindung der stielischen Baumfellmaschine die Waldarbeit revolutioniert, war aber mit dem Erreichen nie zufrieden. Er hat seine Produkte ständig verbessert in Bezug auf Technik, aber vor allem auch auf Qualität. Und das hat uns bereits 1971 zum Weltmarktführer für Motorsägen gemacht. Diese Position haben wir seitdem nie wieder abgegeben. Stiehl ist eine Weltmarke mit starken Wurzeln in Deutschland. Bereits seit der Firmengründung hat mein Großvater die Firma international ausgerichtet. Erst in den angrenzenden europäischen Ländern, aber schon 1930 hatte mein Großvater wichtige Aufträge aus Russland. Gleich danach verkaufte er seine Sägen in den USA. Und seit den 70er Jahren haben seine Kinder, Hans-Peter Stiehl, Eva Mayer-Stiehl, Stiehl zu einem Global Player entwickelt. Wir produzieren heute in sieben Ländern weltweit und wir verkaufen in 160 Ländern weltweit. Das heißt, wir sind hervorragend aufgestellt auch für weiteres zusätzliches Wachstum. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Vielen Dank.